Ok, alles funktioniert. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na bazie numer jeden i będziemy zapraszać cztery osoby, dwie do oczyszczenia i dwie do laboratorium. 19 obcych cywilizacji przybyło na bazę przyglądać się temu zdarzeniu. Będziemy zaczynali. Ja czytam te osoby, które zapraszamy. Do oczyszczenia mamy Tadeusz Andrzej i hasło perkusja. Następna jest Magdalena Maria, hasło listopad. Do laboratorium dwie osoby. Pierwsza to jest Władysław i Joanna, wspólne hasło od Władysława. Zaczynamy od pierwszego. To jest Tadeusz Andrzej. I Tadeusz Andrzej. EJ. I J. I... Czymne zaproszenie zostało przyjęte. To jest już nieokoszko na planet. Pomarańczowa planeta się ukazała. To jest nie planeta sama, tylko to jest energia koło tej planety. Na stan dzisiejszy. Dwie cywilizacje zamieszkują. Tam jest wszystko. Negatywne, pozytywne, neutralne. W naszej Galakcji są zwölf latach. Dwanaście galaktyk oddziela tę planetę od drogi niecznej. Krystalty. Nie są przy stole kryształowym. Mocno zniszczona ochrona. Prawie o połowę. Spłynęła już do tego stołu tam. I zaczęli od głowy okrąglić, czy po prawej stronie z mózgu ściągnięty. Włącza się i wyłącza problemy. Stwarza sytuacja stresowa i problemy ten program. Jest kwadratyczny. Nie jest aktywny. Owalny, czy nas nie ściągnięty. Jest aktywny. Znaczy, że jest aktywny. Znaczy, że jest saskastycznie na swoją umowę. No i ten program tworzy u tego człowieka, że on bardzo sakratycznie ma spojrzenie na swoje otoczenie. Okrągły czep ściągnięty. Akurat się zaczął program rozkręcać. Genetykę zmienia. Sześciokonny czep po lewej stronie ściągnięty. Nie jest aktywny. Kwadratowy czep ściągnięty. Program ruchomy ma. nie jest aktywny. No i potęguje ból cielesny ten problem. Trójkąt ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły. Ściągnięty. Nie jest aktywny. Trójkąt między uszami ściągnięty. Też program w rozwoju już jest. No i osłabia słuch. Ma dwa stwory wężowate, obwinięte dookoła oczu. Ściągają akurat. No i te toksyny osłabiają otoczki oczne. I kompresy są już nałożone do regeneracji. Ja mam usta nie ma nic. Owany czep z karku ściągnięty. Nie jest aktywny. Kwadratowy czep na prawej stronie ściągnięty. Program ruchomy ma. No i zakwasza kompletne muskuły na plecach. Program ból to do finger. Rechts i links um die handgelenke. Są to so tierchen. Dwa stwory obwinięte są na nadgarstkach. Obydwa ściągają. Ja. Jetzt machte bandage. No i Ravel tam zakłada energetyczne bandaże do regeneracji nadgarstków. Bardzo osłabionym są. Ja. 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 In den mänischen Organen gibt es eine Gebärmutter. Auf der linken Seite im Gelenk ist noch ein Ovalny Chip. Der ist aktiv. Der hat das Impulse abgeben und dann ist es wie ein stechender Schmerz. Die Schmerzen sind frei. Die Knie sind frei. Bis runter zu den Fußen ist auch frei. Die Schmerzen sind 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 frei. Ich bin der Übung im Gesicht. Uśmiech od ucha do ucha. Tak, tak się cieszy. Bedankt Sie. Dziękuję się u wszystkich. Und jetzt war Abschied, dass ich auf die Kopie komme. Rzeigna się, Kopie odbiera zjazd do ciała. Tak, żeby nie te uszy, to uśmiech, dookoła, głowy. Cieszymy się bardzo, następna uwolniona istota. Tak, że dużo będzie zmian po tych programach. Na pewno odczuwalne. Będzie bardzo mocne. Następną mamy Magdalena Maria. Zapraszamy. MA, GD, AL, ENA, EMA, MA, RIA. Żółto-zielona planeta się ukazała. Ja, to są cztery cywilizacje tam zamieszkują. Neutralna i pozytywna planeta. I z naszej Galaktyki są 14 lat. 14 Galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej. Już tam zostały. Trzeca tańska. Na trzecie, to jest około 14. Podniszczona ochrona spłynęła. I zaczynają przegląd od głowy po prawej stronie, jak u każdego. I ten program stwarza dużo myśli, zmartwień o najbliższych. Trójkąt ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły, czep ściągnięty. Program ruchomy ma. I stwarza stany lękowe. Okrągły, czep ściągnięty. Aktywny. Stwarza stres i problemy. Na drugą stronę jest 8-ekig, czep ściągnięty. Nie jest aktywny. 6-ekig. Włącza się włącza, włącza włącza włącza. I zakrówcać sen. Na kłodziek. Małoką włączy. Próbiert się, anzuschalc. I jeszcze genetykę. Trójkąt ściągnięty. Uwaga się włącza. Program się włącza i włącza. I stwarza bóle głowy, takie ciśnienie w głowie. Na uszach nie ma nic. Na użach nie ma nic. Na użach nie ma nic. Na użach nie ma nic. Wężowaty stwór pod linkiem. Pod prawym okiem jest rozłożony. Ściągają akurat. Oczyszczony już tam jest. Po toksynach i kompress założony. Gdy na użach nie ma LOT. Kwiatowym czipsem podniebienia ściągnięty. Program rokhowy ma. I doszach włącza to system immunologiczny. Der Nacken zwischen dem Wirbel ist ein hundertstil, der nicht aktiv ist. Auf dem Schildrösen ist ein kleines Dreieck, der versucht sich gerade anzuschauen, und das dann die Produktion. Die Schultern, auf der linken Seite liegt so eine Wolke. Die Schultern ist auch aktiv. Die Schultern bis nach unten. Die Schultern, bis nach unten. Dann hat er wieder so einen Handtuch hingelegt. Und dann relativ weit unten an der Wirbelsäule ist noch ein längiger Ovaler Chip. Das ist auch aktiv. Und da gibt es auch immer wieder Impulse. Das ist dann wie so, als ob ein, was in die Wirbelsäule rein wird. Die Schultern, bis nach unten. 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 Und dann sind Listen zu leisten. Die Schultern, bis nach unten. Die Schultern, bis nach unten. Die Schulter. Die Schulter. Das ist auch damit frei. Das Ding ist auch damit frei. Magen, krempfung. Gedärme sind frei. Na jelitach nie ma nic. Nieren sind frei. Na nerkach nie ma nic. Las ist frei. Gebärmutter ist frei. Na macicy nie ma nic. Züfte ist frei. Oberschenker sind frei. Knie sind frei. Na kolanach nie ma nic. Bis runter zu Fußzehen. Auf der rechten Seite ist ein ovaler Chip. Ovaler Chip z prawej stopy ściągnięte. Ist aktywny. Przy zmianie pozycji stóp powoduje bóle w stopach. Rafael ściąga tam ten kompress. I ten co nałożył tą chust energetyczą do regeneracji. I przegląd dogłębny jeszcze raz robi. Czysto jest. Szaraki podłączają się teraz. I będzie aura sprawdzana. Pęknięcie ma. Na wysokości. Na wysokości. Udo łączy się z biodrem. Tu jest to pęknięcie w aurze. Już tam Rafael zajęty jest. No i tam spiralny zaschnięty. Taki wężowaty. Ten skrębny skór. O Jezus bardzo. Witam. Wszystko jest tam już zrobione. Otwarte. Co było zamknięte. Już naprawione. I złota energia już skompletowała aurę. Zrobione. No i ochrona zjeżdżał. No wstała. Mówi, że czuje się bardzo lekko. Jakby ciężary ktoś pościągał. Do każdego podchodzi. I się serdecznie dziękuję. Za uwolnienie z tych programów. Żegna się. Kopia odbiera. I znika w portalu Zjazd do Ciała. Także cieszymy się. Następna osoba jest uwolniona. I jak widzicie. Jak to jest pięknie. Takie istoty. Zaczynają żyć od nowa. Bez obciążeń. Dużo rzeczy znika. Także za chwilę idziemy do laboratorium. W tym czasie już cała ekipa. Przysiądę na nosa. Chodź tutaj. I już tam jest zapraszany. Do laboratorium Władysław. Ok? Przekazuję. WL. 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 WS. WS. WL. WL. und der Scan beginnt zu suchen. Was war jetzt weg am Rücken? Was war die Mutter? Und was war noch zwei? Magen. Ach ja, der Magen. Also geht jetzt auf jeden Fall erstmal über das ganze Rücken. Das ist gerade sichtbar das Scan. Und jetzt nimmt er die ganze Rücken vor dem Lücken. Okay, gut. Also Rafael hat es gesehen auf der Höhe von den Nieren ist das. Rafael hat es gesehen auf der Höhe von den Nieren ist das. Rafael hat es gesehen, dass die Ähre von den Nieren ist das. Rafael hat es gesehen, dass die Ähre von den Nieren ist das. Ja. Also er sagt, dass er sich das genau angucken kann. Er schaut sich das aufgarten an. Er hat diese Stelle gerade. Er hat diese Stelle gerade. Er hat diese Stelle gerade ausgeschnitten. Also wirklich mit einem Skabel. Er hat diese Stelle ausgeschnitten. Er hat das auch gesagt, dass er eigentliche Skape laser ist. Er hat das ganze Plame. Okay, jetzt wird es wieder. Also weil da jetzt ein Stück fehlt. Es wird jetzt wieder. Es kommt noch so ein Art Salve rein. Und dann wird es so wie gelesen. Also mit dem Laser wieder zugemacht da. Und Raphael, wie ich Simone kenne, dass jetzt die Teilen der Koffer, weil es jetzt nicht mehr ist, und jetzt hat er eine spezielle gel- oder balsam, wie ich es nennen möchte, aber es ist in diesem Sinne, und es sich zasklepte, und es sich mit der Koffer, Also diese schlechte Gäste sind jetzt rausgemacht worden und diese Masse oder diese Säbe oder einbramm, das sind neue Gäste praktisch. Ich tue, dass die verabschlösenen, die verabschlösenen sind, und die Masse, die in die Masse zu verabschlösen ist, dass sie neue verabschlösenen generiert werden. Ja, und dann wurde es noch zugemacht, damit nichts rauskommt. Jetzt kommt von außen, das ist wie eine kompresse, wo auch noch ein paar Energie ist, wo dann ein Heilungsprozess... Das ist auch praktisch ein Schutz, damit nichts rauskommt. Aber man darf jetzt auch nicht etwas rumschnippeln da von außen, am normalen Körper, weil sonst geht diese... Raffaele tłumaczy, dass es nicht in diesem Ort ist, dass es nicht zu verabschlösen ist, weil es nicht zu verabschlösen ist, weil es nicht zu verabschlösen ist. Weil es nicht zu verabschlösen ist, weil es nicht zu verabschlösen ist, weil es nicht zu verabschlösen ist. Okay, dann schauen wir uns jetzt. Also, wenn es nicht zu verabschlösen ist, weil es nicht zu verabschlösen ist, weil es nicht zu verabschlösen ist. Also, man sieht... Man kann sich vorstellen, dass die Marken auch oben, wenn es eine Sprecher braucht, in der Marken ist, wie eine Klappe. Und da ist, dass die Rura, die Rura, wo es nicht zu verabschlösen ist, wo es nicht zu verabschlösen ist, wo es nicht zu verabschlösen ist. Und da, wo es nicht zu verabschlösen ist, ist eine Klappe. Und dieses da oben, das ist total gereizt. Also, der Übergang von... Dieser Übergang von Speiseröhr zu Marken, der ist total gereizt. Also, ganz gereizt. Also, ganz gereizt. Właśnie, w tym miejscu, in dem, wo es mit dem Klappe verbaut ist, ist eine Klappe. So. Und das sieht wirklich so aus, als ob das von diesem Übergang... über die ganze Marken Schleimhäute. Also, das Rode wird zwar immer schwächer in der Schleimhäute, aber man sieht, dass das halt sehr entzündet ist. Also, das hat er gerade mit seinem Tuch komplett. Also, von da oben komplett gesamte Marken. Und da oben reinigen. Und da oben reinigen. Und da oben reinigen. Und da oben reinigen. Und da oben reinigen würde. Ich sehe jetzt wie das unten praktisch aus der Blase und so wieder am Kristall, ja, alles raus, also es wird jetzt wie so, wie es geht aus. Man sieht, dass es wieder ein bisschen glänzert, aber die ganze Spieße, die Magen, die Blase ist jetzt schon so, als ob es um einiges sauber ist. Und jetzt kommt halt wieder so eine spezielle Energie auf, also von hier oben, von diesem Eingang vom Magen um den ganzen Innenraum im Magen wird eine Energie gelegt, wo praktisch dieses alles aufbaut. No i tam właśnie teraz Rafael puszcza znowu specjalną energię, to wygląda jak taki, jak żelatyna, że obejmie cały, właśnie od tego miejsca, poprzez wszystko od wewnątrz, żołądek, jelita, cały układ moczowy od wewnątrz i to się po prostu, to zostaje tam, jakby ochrona od wewnątrz i tak długo będzie, aż się wszystko zregeneruje i potem wsiąka, bo to jest specjalny środek, który wsiąka od wewnątrz na zewnątrz i dochodzi do regeneracji. Was jetzt noch wichtig ist, sagt Rafael, dass der Marken jetzt zurzeit keine sehr scharren speisen, keine sehr fettke speisen. Raphael sagt, dass es sehr wichtig ist, dass jetzt eine sehr scharren speisen, keine sehr scharren, keine sehr scharren. Also relativ, es sollte relativ neutral sein und ausgewogen. Also neutralny, neutralny pokarm i różnorodność, żeby była w tym. Tylko nie ostro, nie słodko, nie tłusto. Also relativ neutral, so wie eine Diät eigentlich. Na taką dietę, żeby teraz w Władysławie potrzebujesz tego? Nie mówię, żeby został królikiem i na listkach. Tylko jest tyle możliwości. Duszone warzywa, duszone mięsko, tak więcej na gedünstete, nie? Ja, ja. Niepieczone, z przyprawami, delikatnie, tak obchodzić się. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dass man vom Kopf her sich nicht sehr viel stres macht. Weil das nicht auch automatisch. Raphael sagt, dass der Kopf sehr stresiert ist, damit es nicht stresieren. Weil stres schrecklich ist, weil stres schrecklich ist. Stres schrecklich ist. Ob Maggen, ob andere. Und Raphael sagt, dass stres schrecklich alle organe im Körper. Also physische. Und als als erstes schrecklich ist, dass das Herz schrecklich ist, dass das ganze Verstärr, das ganze Körper, das ganze Körper. Daher lege nur noch zu schrecklich sind. Und dann, dass das schrecklich ist. Leute, die streben werden, oder in der Familie, wie in der Familie, wissen, was passiert ist. Das ist wirklich so. Das ist schrecklich. Es muss nicht, dass das eine Szympfe. Es gibt, dass dieses Schrecklich sind. Es gibt auch eine Stres. Und das ist. Der ist schon wieder da. Jetzt ist er bereit. Jetzt ist er bereit. Auf dem Kristall-Kryschtauern. Władysław. Ich bedanke mich gerade von Raphael. Oh, Raphael hat die Räume genommen. Raphael hat sich zu ihm vorgelegt. Er hat sich zu ihm gefühlt. Ich freue mich sehr. Jetzt bin ich sicher. Das ist schon ein Stabgast. Ja, genau. Ich freue mich. Das ist schon einfach. Weil er hat sich schon wieder wissen. Władysław hatte schon ein paar Malen Kontakt dazu. Und deshalb Raphael hat sich zu ihm. Ich freue mich sehr. Ja, Gott. Ich freue mich. Ich freue mich schon wieder. Auf dem Władysław. Ich freue mich, dass Raphael das sicherlich veröffentlicht hat. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr nach Hause, denn sie haben viele Informationen. dass ich informieren, also stress nach oben, sogar nicht nach der Kugel, nicht nach dem Kugel, sondern nach dem Kugel oder Recycling. Ich muss nach Kamer zerknüpfen, dann wird die nächste Person in der Laboratorien. Okay? No, der Kugel ist noch mehr. Der Kugel ist noch ein, weil wir noch ein, also nicht, dass das nicht schade ist. Das ist Natur, wir uns sind. Das zeigt, dass der Kugel ist. Die Kugel ist hier, in der Kugel, in der Kugel, in der Kugel und in der Kugel. Also akzeptieren Sie das. Wirklich, 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 wirklich. Okay, dann ist Joanne. Do Laboratorium willkommen. Und jetzt ist sie auf dem Kastellisch. Die Kugel ist auf dem Kastellisch. Die Kugel ist auf dem Kastellisch. die Kugel auf den Kugel. Okay, gut. Ja, das schon sieht. Das war schon. Alles wurde gesehen. Alle organen sind nach vorne, und da war ein kleines Körper, das ganze Körper, das ganze Körper ist, nur die organen, die da sind, sind nach vorne. Also, Rafael hat sich das jetzt auch schon genauer angeschaut. Er sagte, er kann diese Zysten von dieser Kopie wegmachen, also in der komplett von dieser Zysten und die Zysten, die Zysten, die Zysten und die Zysten kann diese Zysten aus der Zysten, von der Zysten, von der Zysten, von der Zysten, Der Problem ist nur, dass das wirklich schon bei einer genetik ist. Und von der Zysten, dass das von der Zysten von der Zysten, dass es da, dass es in der Zysten zu gewinnen ist, dass es jetzt von der Zysten zu gewinnen ist. Also er macht das jetzt, er tut die wegmachen, aber er sagt halt, dass die immer wiederkommen werden, weil das halt die genetikveranlagung ist. Raphael sagt, dass er das jetzt auskoppelt, aber es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass sie die unbehandlungen werden. Ja klar wird es dann gestoppt, das Problem ist nur, es gestoppt zwar, aber man muss es ja. Ich frage mich, wenn man eine komische Maschinen kann, kann man etwas ändern. Raphael sagt, dass wenn man eine komische Maschinen kann, wenn man die Anomalyse deskoppelt ist, dass die Anomalyse deskoppelt ist. Dann ist es ein gewisseseseseseseseseseseseseseseses, denn alles ist zu zerfallen. Aber in dem Moment, was er macht, sagt, dass man nicht garante macht, weil genetiker werden den ganzen Zeit werden. Also auf jeden Fall ist es besser, wenn das Ziel an einneuerung wäre. Wenn man das jetzt von der Kopie entfernt, dann ist das ja auch schon ein Rückgang und wenn sie dann noch die Cellerneuerung macht und dann stoppt, so wie das in dem Moment ist, dann ist das ein bisschen besser wie jetzt. Ich glaube, dass es in dem Moment ist, wenn man jetzt die Anomalie von der Kopie entfernt hat, die CYST, oder wie das heißt, weil es sind überall. Und dann haben wir, weil er hat die Kombination, wenn man jetzt von der Körnerin ist, dann wäre es das beste Lösung, dann wäre es dann schnell. Er ist schon gerade kräftig dabei, weil es einiges ist. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Jetzt ist er gerade am Eyelighter auf der linken Seite. Jetzt kommt er zu Gebärmutter. Jetzt kommt er zu Gebärmutter. Gut, das hat er jetzt fertig, also jetzt muss man das, jetzt kommt praktisch wie so, sieht eigentlich aus wie so eine neue, also Gebärmutter und Eyelighter und Eier kommt wie so dort rüber, also als ob das dann, das verschmilzt jetzt miteinander, also dass diese, was da alles weggeschnitten hat, das gleich verschlossen ist, weißt? No, meine Fannie, wie sie so, wie es so gut, wie sie so gut auskazało, als es so gut auskabelt, wie sie 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 so gut auskabelt. Okay, und jetzt wird es noch mit so einem Netz umschlossen kompletten, dass das wirklich, ja, bleibt so wie es ist und dass es nicht mehr großartig ist. Und jetzt zackt sie mit einer Spezialität energetische den ganzen ganzen Stabilität und den ganzen Organe, damit es nicht sofort zu tun hat und zu verändern, damit es nicht zu stabilisieren, aber das nicht zu beherrscht, dass es durch das zu machen ist. Das Geld ist weg, sie sitzt auch jetzt gerade auf dem Kastleitisch, ist so eine Erleichterung fühle ich, so eine Freude, so eine innere. Sie ist so eine Rade, sie ist so eine Erleichterung, sie ist so eine Erleichterung. Sie ist so eine Erleichterung, sie ist so eine Erleichterung. Also, Joanna, das, was möglich ist, ist so eine Erleichterung. Und das, was Raphael, ist so eine Erleichterung. Also, jetzt bedankt, liebe ich, was. Ich freue mich, dass Sie sich, dass Sie sich hören können. Namaste. Ich freue mich.